Ich darf wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge der Assassin's Creed Origins. Wir haben ja einiges an Tierleben in der letzten Folge gerettet. Und jetzt werden wir umso mehr Römer und Griechenleben nehmen. Da haben wir zwei plus einen Schatz. Das sollte nicht allzu schwer sein. Oh, sogar drei haben wir. Was? Bleist ein Baum! Und der ist auch ein Vierter. Treffer! Zunehmt sein Schild jetzt ihm nicht hoch. Aarschuhe bietet da auch noch. Also ich glaube neben hin und her laufen, kommen wir im Spiel das meiste gekauft. So, jetzt haben wir Planaufsuche. Na, geben wir die zwei Sachen auf. Und... Und wir machen das spät. Damit sind wir schon da. Sollen wir das geschnitten haben? Wir machen das jetzt einfach nicht. Kommt raus. So. Spiele können wir jetzt gut sein. Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Ich bin heute nichts an euch interessiert. Wir haben eigentlich genug von allem. Scheiße! Der Nepp ist tot! Wobei... Wir machen wir ja schnell. Das hätte ich geschafft. Aber... Ist das zu tief? Wir werden es wirklich spüren. Das ging sich aus. Jeden! Wie ist das mit? Narsuja! Du da! Halt! Wer? Hä? Du da! Halt! Hey! Was? Ich breng dich um! Was? Du mich? Gah! Halt! Puh! Ich fahr' klein mal nicht ab. Wie schön ist das? Oben! Oh! Hallo! Ich bin gar nicht geschenkt. Na... Daher... Daher oben! Gut! Was machen wir eins? Das nächste Fragezeichen. Wie ist es da? Wieder mal mitten im Tempel drin? Oder Markt? Ich weiß nicht. Im Tempel oder Markt? Ah! Das wäre alles geil geworden. Das würde ich einfach mal sagen. Oh! Sehr schön! Eine Stadt für hier! Aber leider bringt er das nichts. ... Oh! Das war mal eine Stadt. Nein! Aus! Aus! Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Du. 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 Ich bin mir. 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 Okay. Ok neben mir. Das wären noch einige Räte, die wir lösen müssen, ja? Gut. Von da, da her? So, das müssen wir auf jeden Fall mit Brot machen. Ausgang? Ja, das müssen wir auf jeden Fall mit Brot machen. Warum tut das Spiel das denn an? Warum? Einer fährt durchs Feld. Oh, ich sehe auch schon ein Brot. Ja, wir sind gleich wiederkommen. Kannst mir ein Brot vorsehen. Ok. Welches Schiff wird das wohl sein? Rechts von mir was größeres? Wo sind sie? Ach das, was im Wasser richtig gehört. So, sehen wir. Wir müssen in der Reihe. Die zwei haben wir. Und hopp! Ich finde es halt auch teilweise echt interessant, dass du es unter Wasser so alles hören. War jetzt nicht so tragisch, aber... Mal mit irgendwas. Kriegsbogenviolett. Was haben wir mit einem Kriegsbogenviolett? Leondari, die Parken. Ok. Whee! Aufsitzen. Und wir wollen bitte da hin. Und das dritt dort. So. Ein paar Schiffe. Verfischert. Oh, endlich der Lager. Warte mal, eines Tages. Auf dem Leuchten. Alles Tages Lager. Und da der Leuchten. Und da der Leuchten. Und da der Leuchten. Und da der Leuchten. Und da haben wir wieder ein Hippos. Und da. Was für Erwartung. Ok, ein Schatz. Ein Löber. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ein Löber. Ein Löber. Ein Löber. Wie redest du mich? Wie redest du mich? Was? Dafür schlag ich sie tot! Ey, das Dunkel im Schild. Ups. Ey. So. Die Katze nicht verscheucht. Kann ich da nur wo arbeiten? Die Katze nicht verschehen. Gott, ich könnte die Katze heil freilassen. Was ist das? Sind das doch Löwen? So, aber lasst mich nur, ich habe schon vorgeschlagen, lasst mich nicht nur, war klar. Stört endlich! Lass dich nicht von mir stören, Pferdchen. Stute, wow. Warum auf mich? Ich rette jetzt nicht, ja? Und du? Warum? Ich rette jetzt nicht durchs Leben. Oh, hallo. Siehst du mich? Oder siehst du mich nicht? Oh, hallo. Umfänger! Lediglich ein Schatz. Okay. Du, 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 du! Du, 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 du! Du tu tuutulut. Tuutulut. Wo waren wir? Wir wurden beim ersten Wasserfall versprengt. Ich musste Wurzeln und Insekten essen, um zu überleben. Aber das habe... Ah, was ist hier noch gelieerd? Nein, das habe ich schon gemacht. Wo ist die Szis置ierkitz? Ich weiß was hij vor rico. das letzte teil durch das wir gezogen sind verdammt verdammt wer schießt da zu mir brüder frisst das du hatte ich tötete dich ich tötete dich nicht um mich nur So. Gut. Wir haben das nächste Auffassung. Gibt es da schon was? Ah, das darf gut, ja? Gut, nicht zu tief. Sehr. No! So, ein kleines Lager. Da fehlt aber ja, da hinten ist okay. Sind Krokod? Oh, sind die Krokod? Ähm, ja. Randsachen sind sie nicht meins. Ist nicht meins. Ne, ich glaube wir bleiben weil ich schlafe. Da hinten einseitig. So. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ich bin immer vorsichtig. Glaub ich. Das haben wir jetzt in unseren Feuer stehen. Ja. Was? Schau. Verdammt. Wir müssen aufholen. Eins, zwei. Drei. Okay, zumindest sind drei draufgegangen. Da braucht jemand eine finale Auffassung. Hey! Stirb, du Wurm. Alter, bescheuert. Da haben wir nichts. Wo bist du? Au! Da bist du ja! Wo bist du? Da! Das war's. Nein! Alter, das war schon fies. Unglaublich. So. Wirklich. Garststücke so tief. Und dann ab nach oben. Eins, zwei, drei. Oh Mann. Jetzt wär ich fast aufs Feuer gesprungen. Das wär ich fast aufs Feuer gesprungen. Oh, ich treffe mal runter. Okay. Jetzt treten wir da auf das Schiff. Das heißt, wir brauchen wieder ein Boot. Boot? Kein Boot, okay. Kein Boot. Wirklich kein Boot. Wirklich kein Boot. Wirklich kein Boot. Willst du wirklich 400 Meter schwimmen? Ich komm. Hä? Das Wasser ist zu flach zum Taufen. Aber jetzt. Jetzt? Jetzt? Jetzt. Jetzt. Jetzt können wir häufig schwimmen. Aber will ich so weit tauchen? Ich hab keine Ahnung. Hey! Bleib da! Bleib da! Stopp! Stopp! Ich muss mir den mal kurz ausleiten. Danke. Der Ort wird dir. Sie hat ein Ui. Komm, 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 komm. Schau mal. Ein Boot greifisch, ja? So. So. Eingriffplatz in Nyeret. Meter. Dieser Ort wird schwer bewacht. Das war's. Stirb! Er klettert! Schieß den da runter! Da bist du ja! Ich schlitzel! Ein leichter Schuss! Ein einfacher Schuss! Ich hab dich! Ich hab dich! Äh... Ja, und jetzt? Nein, der macht auf! Bastard! Du entkommst uns nicht! Da bist du! Mach! Oder was wollt ihr? So, bitte schön. Wir schließen uns hier gegen den Käfig dann. Da bist du ja! Und das Boot muss da runter gehen. Hab ich nicht! Hat der Tygier mitgewartet? Hat? Der hat er mit. Ich mag gar nichts. Vergeb mir! Der hat wirklich auf mich gewartet. Ist er noch im Gebiet? Ja. Dann fangen wir zuerst da aus. Ah! Ah! Hardlings! Hardlings! Ja! Daneben! Daneben! Okay, entkommen! Alles! Ah! Schieß den nicht perfekt! Ich hab's doch deutlich überreden! Ich versteh dich nicht! Ich versteh dich nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Es ist bei uns nicht so gut. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Okay. Na? Komm. Was ist denn irgendwas? Ich verstehe das nicht. Jetzt ist es auch noch ein bisschen. Oh, schau. Hup! Jetzt nicht wieder auf uns kratten. Nein, schau der Vater noch weg. Er ist gemein. Hup! Schwimmen macht zu viel Spaß. Okay. Was haben wir von uns? Ähm... Erleichtert. Die hat sich noch einmal in Kürzmann Schaut mal wieder laut los Bekriegen sie die gegenseitig? Ich weiß, ich hab nichts gesehen Schaut mal los Einmal wieder Ja, wir sind ja gut gut Ok Ging schnell War easy Hopp Wir werden es eh nicht mehr sehen Schaut mal das da auch so schön Komm wieder zu Fuß Leicht tiefere Wasser bin ja doch damit schneller Ja Wow Seh noch Gut, da ist der Schatz Wow, ich brauchte nur noch einen Schatz Ja Ich habe nur noch einen Schatz Ja Ich habe nur noch einen Schatz Ich habe nur noch einen Schatz Ich habe nur noch einen Schatz Du hast nichts gesehen, also was willst du? Ich treffe ihn nicht Ist das so schwer Ja Minimaler Plus Weg, 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 weg Warte auf Minimaler Plus, Praxinale Wirkung Gute Trost Glaub ich Was finden wir jetzt? Was finden wir jetzt? Oh ne! Ne, 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 ne Was ist jetzt Schummelager? Was ist denn ein Lager? Nein, Elefanten War klar Okay Für die Elefanten Brauchen wir jetzt aber wieder Anderes Werkzeug Ähm Wir brauchen einen leichten Bug Trennen Ich glaube da werden wir einen Distanz Multiplikator nehmen Und Und da brauchen wir einen Kriegsbogen Da werden wir nehmen Gesundes Quadratmeter Genauso Gut, ein Wulsteingang Eingang Letztlich ein Wulsteingang Ernsthaft Einmal eine komplette Runde aufbrennen Toll Ah Schlapp, 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 schlapp Oh, jetzt ist es hier voll Jetzt ist es hier voll Jetzt ist es hier voll Jetzt fällt mir gar nichts So Wuh, wir hatten den Wulsteingang Schlapp Oh, das ist Dangle Ist das Dangle? Jupp Gut Aber diesen Elefanten Werden wir erst in der nächsten Folge machen Bis dahin Ich möchte mich für euch das Zuschauer bedanken Ich hoffe es hat euch gefallen Schaltet auch beim nächsten Mal an Ich wünsche euch was Bis dann Tschüss Baba